Liebe Gemeinde, es ist für mich sehr, sehr schwierig, hier zu stehen und in einen leeren Saal zu gucken. Und ich muss euch sagen, und das meine ich ehrlich von Herzen, ich vermisse euch. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir demnächst uns hier wieder treffen könnten, um Gottesdienste zu feiern, so wie wir es gewohnt sind. Dass wir uns begegnen, umarmen und herzlich grüßen, im Anschluss miteinander unterhalten können. Das wäre großartig, aber im Moment ist es so, wie es ist. Wir können nichts ändern und wir werden weiterhin mit unserem ganzen Team, mit dem wir hier arbeiten, wir werden das Beste daraus machen. Heute ist Palmsonntag. Am Palmsonntag erinnert sich die ganze Christenheit weltweit daran, dass Jesus Christus vor vielen Jahren auf einem Esel sitzend in Jerusalem einmarschierte. Und die Menschen, die haben ihn wie wild gefeiert. Sie haben ihn mit Palmenzweigen zugewedelt und sie haben damit ausgedrückt, du bist unser Herrscher. Du bist ein König, der gerade siegreich in diese Stadt einmarschiert. Du bist unser König. Und sie hatten nicht nur Palmenwedel in der Hand, sondern sie legten auch ihre kostbaren Kleider. Und sie waren ja kostbar, die Kleider, weil es alles Handarbeit war. Sie legten sie ihm zu Füßen, sodass er mit seinem Esel darüber reiten konnte. Und damit zeigten sie eigentlich, wir legen dir einen roten Teppich hin, Jesus, weil du so wichtig bist und wir empfangen dich hier in unserer Stadt. Ich werde heute nicht so sehr auf Palmsonntag eingehen, weil ich den Schwerpunkt anders legen möchte. Aber eins zu Palmsonntag hier in der Einleitung für dich. Die Kleider waren Handarbeit. Genauso wie dein Herz Handarbeit Gottes ist. Und starte doch heute vielleicht mal den Versuch, ihm, Jesus, dem König, dein Herz hinzulegen. Dein Herz, nicht nur die Kleider. Er wird nicht drauf rumtrampeln, das verspreche ich dir. Er wird dein Herz aufsammeln. Er wird Gutes hineinlegen und er wird dich erbauen. Und vielleicht wird er ja heute ganz neu dein König. Und du dürftest genau wie die Menschen damals auch ganz bewusst rufen und sagen, Hosianna, Hosianna, dem König. Hosianna heißt, hilf doch. Und du allein weißt, was dich gerade am meisten beschäftigt in deiner Lebenssituation. Und ich weiß, Gott hört dich, wenn du sagst, hilf doch. Wir werden jetzt gleich das Lied singen, Jesus, höchster Name. Es ist dieser Gedanke, Jesus, komm, du bist groß, dein Name ist der Höchste. Und glaub mir, wenn du es singst und von Herzen meinst, dann wird es deinem Herzen gerade ganz viel geben. Wir sehen uns gleich zur Predigt. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser, siegreicher Herr. Immanuel, Gott ist mit uns. Herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott, Ratgeber wunderbar, ewiger Vater. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und seines Friedens weiß, wird kein Ende sein. Jesus, höchster Name, teurer Erlöser. Siegreicher Herr, siegreicher Herr. Immanuel, Gott ist mit uns. Herrlicher Heiland, lebendiges Wort. Er ist der Friede. Er ist der Friedefürst und der allmächtige Gott. Ratgeber wunderbar, ewiger Vater. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und seines Friedens weiß, wird kein Ende sein. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und die Herrschaft zu Ihrer Wasser wird Weinblende seh'n, Brot wird vermehrt Lahme geh'n, so bist nur du, Herr. Du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, so bist nur du, Herr. Du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Wasser wird Weinblende seh'n, Du allein. Licht scheint in dunkelster Nacht, Amen wird Hoffnung gebracht, So bist nur du, Herr. Du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Und steht uns Gott zur Seite, Was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, Wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, Wer kann uns widerstehen? Wer kann uns widerstehen? Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Heiler, starker, befreier, so bist nur du. Heute werden wir verstehen, dass Gott immer den richtigen Moment abpasst, um in unsere Zeit einzugreifen. Eine Thematik, die mir persönlich immer wichtiger wird. Ich werde jetzt gleich einen Text lesen aus Lukas 17. Da geht es immer noch um die Heilung der 10 Aussätzigen. Wir nähern uns dieser Geschichte nach und nach, Stück für Stück und immer detailreicher. Und heute werden wir mal gucken, Was hat sich ganz genau vor dieser Begebenheit abgespielt? Ich lese uns erstmal den Text vor und dann werde ich einige Bemerkungen dazu sagen. Lukas 17, die Verse 11 bis 19. Da heißt es, Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem zum Laubhüttenfest wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegnen ihm zehn aussätzige Männer, die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen, Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie gesund. Da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach, Sind nicht die zehn Reihen geworden? Wo sind aber die neun? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm, Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 7, da lesen wir von einem Gespräch zwischen Jesus und seinen Brüdern, welches sich wirklich ganz genau vor dieser Begebenheit abgespielt hat. Die Brüder, könnte man fragen, welche Brüder von Jesus sind gemeint? Das waren die Söhne, die Maria und Josef nach der Geburt von Jesus miteinander gezeugt haben. Und wenn ihr sagt, wusste ich gar nicht, dass er Brüder hatte, könnt ihr das Ganze nachlesen im Markus-Evangelium im Kapitel 6. Es wird beschrieben, dass seine Brüder nicht an ihn glaubten. Und sie wollten Jesus dazu drängen, dass er rechtzeitig zu Beginn des Laubhüttenfestes eines der drei großen Wallfahrtsfeste, wo jeder Israelit hingehen sollte, also jeder gläubige Jude, sie wollten ihn dazu drängen, dass er pünktlich dort ankommt. So nach dem Motto, Jesus beeil dich, sonst verpasst du noch die Eröffnung des Festes. Und es ging ihnen dabei gar nicht wirklich um Jesus, sondern sie verfolgten damit eine egoistische Absicht. Jesus, so könnten sie es ausgedrückt haben in ihren Gesprächen, die nicht aufgezeichnet sind, oder doch, es ist geschrieben, aber ein bisschen interpretiere ich das. Er sagt, Jesus, das, was du tust, Johannes 7, Jesus, das, was du tust, das hat sich bestimmt schon bis in den religiösen Süden unseres Landes herumgesprochen, bis nach Judäa, so hieß diese Gegend. Und dort hast du sicherlich schon einige Anhänger und es wäre doch nur fair, wenn diese Anhänger auch deine Präsenz genießen könnten. Und dort kannst du doch wirklich mal unter Beweis stellen, ob du eine geistliche Autorität bist und ob du auch geistliche Vollmacht hast. Dort in Jerusalem, da kannst du dich dann mit den anderen religiösen Größen messen und gucken, ob du standhältst. Und wenn du dort bestehst und sie dich akzeptieren als großen Rabbi mit Vollmacht, dann würde das für uns Brüder natürlich auch bedeuten, dass wir in deinem Windschatten mitgesegnet werden. Das haben sie ihm natürlich nicht gesagt. Sie sagt nur, Jesus beeil dich, geh zum Fest, es wäre ja gut für deine Leute und es wäre wichtig auch für dich. Aber ihre Motive sagten sie ihm natürlich nicht. Wenn du den Text liest in Johannes 7, wirst du merken, diese Brüder, sie wollten Jesus instrumentalisieren für ihre Zwecke. Sie wollten ihn manipulieren und sie wollten ihn letztlich missbrauchen. Und wenn du lang genug im Leben stehst, dann kannst du nachvollziehen, was sich da abgespielt hat. Du weißt ganz genau, was es heißt, ausgenutzt zu werden. Ja? Oder du beobachtest, wenn Menschen ausgenutzt werden. Wahrscheinlich hast du selber schon mal erlebt, dass man dich behandelt hat wie eine Marionette oder ein Statist, nur damit jemand anders einen Vorteil von dir hat. damit er oder sie die Ziele erreicht, sich selbst glücklich macht, aber du stehst dann am Ende da und denkst dir, ging es überhaupt um mich? Leere Hände, trauriges Herz. Und wenn man das erlebt, gehört das zu den schmerzhaftesten Erlebnissen, die man nur haben kann. Ja, man vertraut jemandem, man investiert in jemanden, man gibt, man verschenkt sich, um später ernüchternd festzustellen, es ging in keinster Weise um mich, sondern wieder mal um den anderen. Und jetzt die Frage, kann Jesus dich in deinem Schmerz verstehen, wenn du genau das erlebt hast, wenn du ausgenutzt wurdest, vielleicht sogar über viele Jahre, wenn du manipuliert wurdest? Kann Jesus das verstehen? Selbstverständlich kann er das verstehen. Er hat es ja am eigenen Leib gespürt oder den Versuch gespürt durch seine Brüder. Also ihn traf das Ganze in seiner eigenen Familie. Er war ihr großer Bruder. Jesus weiß auch, wie es sich anfühlt, in Menschen zu investieren über Jahre, zu geben, für diese Leute alles zu riskieren, um dann sich in der dunkelsten Stunde seines Lebens, selbst als er auf die Hilfe angewiesen wäre, seiner Leute, um sich dann von seinen Leuten anhören zu müssen. Jesus, wir sind zu müde, um dir zu helfen. Wir sind zu müde, um dir beizustehen. Wie hat Jesus das Ganze verkraftet? Er trug das alles mit Fassung und er stärkte sich immer und immer wieder im Gebet bei seinem Vater. Dort holte er sich die Kraft. Und das ist übrigens für mich eigentlich die beste Medizin dafür, wie wir wieder auftanken können, wenn unser Herz entleert ist, weil wir wieder mal verletzt worden sind, weil Menschen uns enttäuscht haben. Und weil wir gemerkt haben, wer der andere wirklich ist. Und dass es immer nur um ihn oder um sie geht, anstatt auch mal um uns. Ich habe festgestellt, wenn man einen Menschen manipuliert, für die eigenen Interessen, dann nimmt man diesem Menschen eigentlich das Recht, sein Leben selbst zu definieren. Und man grätscht Gott dazwischen, denn Gott hätte ja einen Plan mit diesen Menschen und auch diesen Plan kann dieser Mensch nicht leben. Das heißt, dieser Mensch, der manipuliert wird, der verliert doppelt. Gott hat einen Plan mit Menschen. Manipulieren wir diesen Menschen, stellen wir unbewusst unsere Pläne höher als Gottes Pläne. Und das ist nicht gut. Das ist nie gut. Und das gefällt Gott auch nicht. Jetzt könntest du fragen, Sebi, ist dir das schon mal passiert? Leider ja. Ich war selbst schon mal Opfer. Und wenn man Opfer ist, dann ist es sehr erniedrigend. Aber ich muss auch zu meiner Beschämung sagen, ich war auch schon Täter. Und das ist für mich eigentlich noch der schlimmere Part. Wenn du selber merkst, dass du mit deiner Art versucht hast, nur dir selbst einen Vorteil zu verschaffen, dann ist das ein weitaus schlimmeres Gefühl für mich, als wenn ich das Opfer an einer Sache war. Und das sind die Momente, wenn du realisierst, dass du da in Gottes Plan reingefuscht hast. Das sind die Momente, wo du dich schämst. Wo du am liebsten im Boden versinken würdest, wo du denkst, Boden, tu dich auf. Wo ist das nächste Loch? Wo kann ich mich hin verkriechen? Das sind die Augenblicke, wo du um Vergebung bittest wie kein anderes Mal. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich habe es selbst erlebt, oder verstanden auch, indem ich ehrlich zu mir war und manche Lebenssituation reflektiert habe und feststellen musste wirklich, das war nicht gut. Und wenn du jetzt innerlich ganz still wirst, innerlich vielleicht auch sagst, oh, du sprichst zwar gerade über dich, Sebi, aber eigentlich erzählst du hier meine Geschichte, dann möchte ich dir was mit auf den Weg geben, Dinge, die ich selbst auch tun musste, nachdem ich gemerkt habe, wie falsch ich lag. Rede mit Gott darüber. Bitte ihm um Vergebung. Wenn du weißt, mit wem du das gemacht hast, dann bitte auch diese Menschen um Vergebung, um Verzeihung, dass sie dir eine neue Chance geben mögen. Und dann nimm auch die Vergebung von Gott an. Ganz oft ist, wenn wir Fehler machen, dann können wir uns selbst nicht vergeben. Wenn es mir manchmal so geht, dann denke ich gerne an die Geschichte zurück in Johannes 8, wo es um eine Frau ging, die Ehebruch begangen hatte. Sie hatte sich mit ihrem Verhalten in eine vielleicht noch funktionierende Familie eingemischt und dort Schaden angerichtet. Und die Menschen, die das beobachtet hatten, wollten diese Frau am liebsten steinigen. Und Jesus, er hat sie nicht gesteinigt. Er sagte nur zu ihrer Frau, das, was du gemacht hast, war nicht gut. Aber jetzt geh deinen Weg und mach das nicht nochmal. Es gibt Vergebung auch für diese Sünde. Kommen wir mal zurück zu Jesus. Hätte Jesus auf seine Brüder gehört, dann hätte er sich von ihnen wieder dazwischen grätschen lassen und er hätte sich vom Plan, den der Vater für sein Leben hier auf der Erde hatte, er hätte sich davon abbringen lassen. Das heißt, diese Heilung der zehn Aussätzigen, die wäre nie passiert, die hätte nie stattgefunden. Warum? Wenn Jesus zu schnell gewesen wäre und die zehn Aussätzigen waren, ihre Wege hätten sich nicht gekreuzt. Es war also wichtig, dass Jesus sich auf den Zeitplan Gottes einließ. Gucken wir uns das mal näher an. Johannes 7, Vers 6. Da sagte Jesus zu seinen Brüdern, nachdem sie versucht hatten, ihn da in eine Form zu pressen, um das zu machen, was sie wollten, sagt er, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Euch ist jeder Zeitpunkt recht. Hier finden wir den Begriff Zeit. Für den Begriff Zeit wird im Urtext an dieser Stelle nicht der Begriff Chronos verwendet oder besser Chronos, würden wir heute vielleicht im Deutschen das ausdrücken. Dieser Begriff Zeit steht für die chronologische Zeit, also die tickende Zeit. Jesus verwendet hier aber das Wort oder den Begriff Kairos oder Keros. So, und dieser Begriff von Zeit, der beschreibt besondere Gelegenheiten in der chronologischen Zeit oder qualitativ hochwertige Momente in der Zeit oder den von Gott abgepassten Moment, in dem etwas getan werden muss, weil eine Notwendigkeit vorherrscht. Jesus sagt ja, für euch ist jeder Moment gut, um eure Ziele zu verfolgen. Ich aber habe ein anderes Zeitmanagement. Mein Zeitmanagement ist von anderer Qualität. Ich lasse mich von meinem himmlischen Vater leiten und warte auf die von ihm abgepassten Gelegenheiten, um zu handeln. Er zeigt mir im richtigen Moment, wann die Zeit gekommen ist, aktiv zu werden. Und deswegen sagt er ihnen, und wir lesen es in Johannes 7, Vers 8, Geht ihr nur hinauf zum Fest. Ich komme jetzt nicht. Für mich ist die Zeit noch nicht da. Um das Ganze nochmal eindrücklicher zu machen, warum Jesus sich auf den Zeitplan Gottes einlassen musste und es wichtig war und auch für uns zu verstehen, warum es für uns wichtig ist, eine Geschichte auch aus dem Leben von Jesus, die nacherzählt wird im Johannes-Evangelium Kapitel 11. Dort geht es um die Auferweckung seines Freundes Lazarus. Als die Schwestern von Lazarus, Martha und Maria, Jesus ausrichten ließen, Jesus, bitte, bitte komm schnell zu uns nach Bethanien, dein lieber Freund Lazarus liegt im Sterben. da wollten sie eigentlich ausdrücken, da wollten sie eigentlich ausdrücken, Jesus die Zeit drängt. Bitte komm, wir brauchen dich jetzt. Wir können nicht länger warten. Jesus hat sich aber gedacht, wenn ich schnell hingehe, dann wird der Kairos, also die Gelegenheit, die Gott geben will in dieser Sache, um etwas Großes aufzuzeigen. Wenn ich jetzt gehe, wird der Kairos Gottes nicht eingehalten. Es würde bedeuten, dass Gott nicht so sehr verherrlicht werden wird, also so hochgehoben in den Herzen der Menschen, wie es eigentlich passieren könnte. Und die Menschen würden nicht wirklich verstehen, wer ich bin und es würde wenig Glauben dabei herausspringen. Ich lese euch einige Verse aus dem 11. Kapitel des Johannes-Evangeliums vor. Kapitel 11, Vers 6. Als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Vers 14. Da erklärte er den Jüngern offen, Lazarus ist gestorben. Aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war. Da könnte man denken, was stimmt denn jetzt mit dir nicht, Jesus? Es war dein Freund und jetzt bist du froh, dass du nicht da warst. Dann hast du dir auch noch zwei Tage Zeit gelassen. Irgendwas ist hier nicht richtig. Hast du kein Zeitgefühl, Jesus? Aber Jesus sagt ihm, aber euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr auf diese Weise an mich glauben werdet. Doch jetzt wollen wir zu ihm gehen. Das heißt, diese Wartezeit, diese Verzögerung, die sollte dazu führen, dass die Jünger an ihn glauben, ihm mehr vertrauen. Dann kamen sie dort an und wir lesen im Vers 39, wälzt den Stein weg, weil Verstorbene wurden dann in Grabhöhlen gepackt und mit einem Stein wurde das Ganze zugemacht, damit nicht jeder reingehen konnte. Wälzt den Stein weg, befahl Jesus. Herr, wandte Martha, die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot. Der Leichnam riecht schon. Das heißt, es gab gar keinen Zweifel, dass Lazarus tatsächlich tot war. Was steckt dahinter? Jesus passte den richtigen Moment in der von Gott gegebenen Zeit ab, um die großmögliche Wirkung zu erzielen. Ich lese euch die Verse 40 bis 45 vor, immer noch Johannes 11. Aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Man nahm nur den Stein vom Eingang weg. Jesus richtete den Blick zum Himmel und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben. Glauben, dass du mich gesandt hast, dass sie verstehen, wer ich bin. Danach rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Keine Interviews, keine Show, lasst ihn bitte gehen. Da sehen wir die Feinfühligkeit auch von Jesus in so kleinen Details. Lasst ihn gehen. Befall Jesus den Umstehenden. Viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren, um sie zu trösten, glaubten an Jesus, als sie das Wunder sahen, dass er an Lazarus tat. Einige aber gingen zu den Pharisäern und berichteten ihnen, was Jesus getan hatte. Bethanien, dort, wo sich das Ganze ereignet hatte, das lag nur eine halbe Stunde Fußweg von Jerusalem entfernt. Jerusalem, damals, aber auch heute noch das Zentrum des jüdischen Glaubens, dem Ort oder es war der Ort, wo sich religiöse Nachrichten schneller als von keinem anderen Ort bis hin in alle anderen Teile der Welt verteilten. So, und nach der Auferstehung des Lazarus, da brauchte Jesus sowohl in Jerusalem als auch überall woanders keine Werbung mehr für sich machen. Er musste niemandem großartig erklären, wer er war, weil die Leute überall erzählt haben, was er getan hat, nicht nur, was er erzählt hat. Das Ganze geschah im kleinen Bethanien, im richtigen Moment. Und was war die Reaktion? Glaube. Die Rettung von Seelen. Man kann nur gerettet werden. Man kann nur die Ewigkeit begrüßen nach diesem Leben, wenn man gerettet ist durch den Glauben an Jesus. Und das war die Absicht von Jesus. Das heißt, er hat sich von Gottes Zeitplan leiten lassen, damit das passiert. Er hat sich nicht von seiner Uhr leiten lassen. Und es sollte noch etwas passieren, nämlich, dass Gott sich den Menschen gerecht erweisen könnte. Was heißt das? Manche haben an ihn geglaubt, nachdem das passiert war mit Lazarus. Einige werden gesagt haben, verstehen wir noch nicht. Aber viele, so wissen wir es, die haben Jesus bewusst abgelehnt. Sie wollten nicht daran glauben, dass er der war, als der er sich ausgab. Wenn diese Menschen, vor allem die religiöse Elite der damaligen Zeit, dann eines Tages vor Gott stehen würden und er sie fragte oder gefragt hat, warum habt ihr an meinen Sohn nicht geglaubt, den ich euch gesandt habe, um zu verstehen, wer er ist und welche Kraft in ihm steckt, dann hätten sie nicht sagen können, wir wollten ihm nicht glauben aufgrund seiner Worte. Nein, nein, dieses Argument zählte dann nicht. Weil Gott dann sagen kann, ich bin gerecht mit euch, ihr wolltet nicht glauben, also müsst ihr ewige Strafe erleiden aufgrund eures Unglaubens. Gott kann sagen, ich habe alles dafür getan, dass ihr versteht, worum es geht. Ich habe keinen Zweifel übrig gelassen. Hätte Jesus nur geredet, das wäre eine Sache. Aber er hat auch gehandelt und ihr habt sehenden Auges diese Taten verleugnet und auch abgelehnt. Ihr könnt mir am Ende, wenn ihr bestraft werdet, könnt ihr nicht sagen, ich sei ungerecht. Glaube, Rettung von Seelen und Gott kann seine Gerechtigkeit walten lassen. Kleine Dinge im richtigen Moment erzielen große Wirkung, habe ich gesagt. Und dieses Prinzip, das zieht sich immer und immer wieder durch die Bibel und ich denke, das zieht sich auch in unserem Leben durch, wenn wir bereit sind, auf Gottes Plan, auf Gottes Zeitplan uns einzulassen. Da müssen wir gar nicht große Dinge tun, denn die kleinen Dinge in seiner Hand, die erzielen schon große Dinge. Lazarus war ein sehr, sehr guter Freund von Jesus, wo Jesus öfter mal Zeit verbracht hat. Hätte Jesus nur chronologisch funktioniert, also nur nach der tickenden Uhr gehandelt, dann wäre er doch gewiss, weil er den Lazarus lieb hatte, wäre er doch, als Martha ihm sagen ließ, dein Freund ist krank, der wäre doch schon längst losgelaufen. Hat Jesus aber nicht gemacht. Denn dann hätte das Ganze nicht diese positiven Nachwirkungen gehabt. Diese positiven Nachwirkungen, die dadurch erzielt wurden, dass Jesus verzögert hat und so weiter, die waren für das große Ganze notwendig. Ich kann mir vorstellen, weil Jesus so ein großes Herz hatte, dass ihm dieses Warten auch wehgetan hat. Warten tut weh, aber wir sehen, wenn Gottes Zeitplan erfüllt ist und Dinge so laufen, wie er es sich wünscht, dann ist es ein Gewinn für alle. Das heißt, Gottes Zeitplan und Gottes Gelegenheiten, die haben einen großen Wert. Und wir könnten sagen und wir sollten sagen, wenn wir glauben, Gott, du darfst mich für deine Ziele einsetzen. Ich gebe dir die Erlaubnis, mit deinen Notwendigkeiten in meinen Zeitplan einzugreifen, weil du weißt besser als ich, was gut ist für das große Ganze und du weißt auch, wann der richtige Moment gekommen ist, zu handeln. Das heißt, auch dein kleines Leben, mein kleines Leben kann in der Hand Gottes im richtigen Moment zu einem größeren Zweck dienen. Und du könntest sagen, ja, bitte, Gott, gib mir diesen Kairos, diesen abgepassten Moment, auch für meine persönlichen Anliegen, die ja oftmals auch Hand in Hand gehen mit dem Großen und Ganzen. Bitte, Gott, lass mich verstehen, wann der Moment gekommen ist für Partnerschaft. Lass mich verstehen, welchen Berufsweg ich einschlagen soll, worin ich investieren soll. Soll ich kaufen, noch nicht kaufen? Soll ich investieren? Welche Schwerpunkte sollte ich legen für mein Leben? Sollte ich jetzt handeln? Sollte ich lieber warten? Es ist alles eine Frage der Zeit. Oder besser, es ist alles eine Frage des richtigen Momentes. Ein Moment, den Gott abpasst. Und wisst ihr, seit ich gläubig bin, staune ich immer wieder über Menschen, die mir im Gespräch sagen, ich habe noch keine Ruhe für diese Entscheidung. Ich muss noch ein wenig dafür beten. Ich habe im Herzen noch keinen Frieden. Ich merke, Gott hat was mit mir vor, aber es ist noch nicht dran. Ich glaube, da muss etwas noch reifen. Vielleicht bei mir, vielleicht bei anderen. Also solange ich noch nicht dieses Okay habe von Gott, das grüne Licht, dass ich gehen darf, werde ich die Füße stillhalten und weiterhin alles betend vor Gott hinlegen. Ich werde mir noch Zeit nehmen, bis Gott in meine Zeit eingreift. Wisst ihr, als ich dieses Reden hörte von manch einem, habe ich gedacht, also ich verstehe euch nicht. Also liegt es vielleicht daran, dass ihr nicht mutig genug seid, selber eine Entscheidung zu treffen? Oder seid ihr so schwach? Oder hat es vielleicht noch andere Gründe, hinter denen ihr euch verstecken wollt, dass ihr nicht endlich loslegt und das tut, was ihr tun sollt? Im Laufe der Jahre habe ich verstanden, es liegt mehr Segen darin, auf Gottes Gelegenheiten zu warten und erst dann zu handeln, wenn er Frieden gibt für eine Sache, als wenn man voreilig losmarschiert und Gott dann im Nachhinein sagt, ach ja Gott, übrigens segne mich doch bitte jetzt für das, was ich schon geplant habe. Oder dass man dann im Nachhinein sagt, Gott, übrigens, ich bin zu schnell gewesen, ich habe da einen ganzen Scherbenhaufen hinterlassen, könntest du bitte mal hinter mir anfangen aufzuräumen? Besser wäre es doch, sich die Zeit zu nehmen, auf die Gelegenheiten zu warten, die Gott gibt und er während dieser Wartephase anfängt vor uns den Weg freizuschaufeln. Weil wenn er den Weg freischaufelt, dann richtet man nicht so viel Schaden an und das Ganze fühlt sich auch sehr friedlich an. Da ist eine ganz andere Ruhe da, wenn wir handeln. Und jetzt könntest du denken, wenn du das Ganze ein bisschen kritisch betrachtest, ach so, das, was du gerade erklärst, das ist doch das Rezept dafür, sein Gehirn einfach mal beiseite zu legen, sich gerade hinzustellen wie so eine Marionette und zu warten, dass Gott handelt. Nein, nein, so ist es auch nicht. Wir sind keine Marionetten. Es geht bei diesem Gedanken des Wartens auf Gottes Momente, geht es um Vertrauen und es geht um Zuversicht und es geht auch um Gehorsam. Schauen wir uns mal an, das Thema Vertrauen. Wenn jemand so weise oder so reif ist, zu sagen, ich warte, dann bedeutet das, dass jemand weiß, ich kann Gott vertrauen. Ich weiß, wer Gott ist. Und ich weiß auch, dass Gott besser weiß, wann der Moment gekommen ist. Er ist doch größer und weiser und schlauer und älter als ich. Er sieht doch weiter als ich. Und auch, wenn man Gott vertraut, weiß man auch, er liebt mich doch. Er meint es doch gut mit mir und mit meinen Umständen. Und Gott weiß doch auch alleine am besten, welche Rolle ich im Großen und Ganzen hier einnehmen darf. Das heißt, ganz egal, wie du Gott entscheidest für mich, es wird zunächst gut sein, für deine Ehre, auch wenn ich es nicht verstehe und irgendwann werde ich vielleicht verstehen, dass es auch gut für mich und gut für alle anderen war. Es geht auch um Zuversicht und dieses Wort Zuversicht, wisst ihr, da drin steckt dieser Gedanke von, ich habe Gott schon mal erlebt. Ich habe es schon geschmeckt. Ich weiß, wie er ist. Ich weiß, wie er handelt und ich kenne dieses Gefühl von Frieden, wenn ich darauf warte, bis Gott grünes Licht für etwas gibt. Wenn du zuversichtlich bist, dann sei es auch in Zukunft und lass dich nicht hetzen von der Zeit. Gott kommt doch nie zu spät, das habe ich im letzten Video schon erwähnt. Gott kommt spätestens pünktlich. Ja, Jesus kam bei Lazarus rechtzeitig. Er kam nicht wirklich zu spät für das, was passieren sollte, für das große Ganze. Es geht bei dieser ganzen Thematik auch um Gehorsam. Gott, dein Zeitplan, hat immer Vorrang vor meinem Zeitplan. Du bist Gott, ich nicht. Aktuell verbringen die meisten Menschen aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ihre Zeit zu Hause. Da hat etwas Größeres als wir in unsere Zeit hineingegrätscht, in unsere Lebenssituation und wir können uns nicht dagegen wehren. Es ist nicht Gott, aber es ist da. Und die meisten Menschen verbringen eben ihre Zeit zu Hause. Und diese Zeiten zu Hause und all die Gegebenheiten um uns herum, die stellen uns doch alle vor große Herausforderungen. Und wir könnten denken, ja, aber was soll das? Warum diese Unterbrechung in meinen schönen Zeitplan, den ich mir aufgerichtet habe, warum gerade jetzt? Ich habe nicht Antworten darauf oder nicht alle Antworten, auch vielleicht keine weisen Antworten, aber ich habe etwas bemerkt. Und ich frage dich das mal ganz bewusst. Wusstest du, dass in den letzten Wochen die Nachfrage nach Online-Gottesdiensten, nach christlichen Impulsen, nach christlichen Werten, nach der Bibel, nach Gottes Wort, dass die Nachfrage so hoch ist, wie noch nie zuvor? Wusstet ihr, dass die meisten Kirchen genau jetzt herausgefordert sind, mehr denn je nach draußen zu denken und vieles strukturell umzustellen? Gott schenkt inmitten dieser Krise so viele Chancen. Ja, Chancen, dass Menschen anfangen zu glauben. Und wir als Kirchen dürfen den Glauben zu den Menschen nach Hause bringen. Das heißt, Gott gebraucht diese Zeit. Warum auch immer diese Welle mit dem Coronavirus entstanden ist, Gott gebraucht diese Zeit. Und ich glaube, rückblickend werden wir ganz viel verstehen. Und rückblickend werden so viele Kirchen sagen, diese Zeit war eine Herausforderung, es war anstrengend, wir haben uns so sehr vermisst, aber wir haben so viel umgestellt und sind heute noch viel näher dran an den Menschen, weil wir uns eben anpassen mussten an die Gegebenheiten. Und dadurch, dass wir zu den Menschen rausgegangen sind und sie uns kennengelernt haben und keine Angst vor uns mehr haben, weil sie gemerkt haben, dass wir nicht beißen, und dadurch kommt vielleicht später, wenn wir wieder aufmachen dürfen und uns endlich wieder hier treffen, dadurch werden hoffentlich viele Menschen kommen. Und wenn wir das erleben, denke ich, werden wir anders über diese ganze aktuelle Situation denken. Gott gebraucht diese Zeit, also sollten wir die Zeit auch nutzen. Und jetzt könntest du fragen, ja, wie geht das denn konkret, wenn ich mich in einer Lebenssituation befinde und eigentlich die Zeit mir Druck macht, wie soll ich denn das machen mit dem Warten? Ich weiß gar nicht, ich habe das noch nie gemacht. Schritt eins ist, dass man Gott all seine Überlegungen beten hinlegt und sagt Gott, hier ist mein Leben, hier sind meine Pläne, hier ist mein Zeitplan, guck du drüber und nimm dir das Recht einzugreifen. Bete, das macht dich schon mal ruhiger und warte dann auf eine Antwort. Du wirst die Antwort vielleicht nicht hören. Ich habe Gottes Stimme auch noch nicht gehört, also auditiv, aber man spürt, wenn Gott einem etwas sagen will, vor allem arbeitet er durch Frieden im Herzen und durch eine Ruhe, die man sonst nicht erlebt. Und auch, warte darauf, dass vielleicht Menschen dir gewisse Dinge bestätigen. Menschen vielleicht, mit denen du über eine Sache noch gar nicht geredet hast. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt, dass sie mir was gesagt haben, wo ich dachte, hä, woher weißt du das denn? Gott redet durch andere Menschen oder Gott redet auch durch Umstände und Erlebnisse. Du kannst natürlich auch andere Christen fragen und sagen, sag mal, wie ist das bei dir? Wie spürst du heraus, wann der richtige Moment gekommen ist, wenn Gott Ja sagt oder wenn Gott sagt, geh, jetzt solltest du marschieren? Ich habe durch viele Gespräche ein Feingefühl entwickeln dürfen, wann Gottes Reden gerade am lautesten ist. Wisst ihr, eine Frucht, die schmeckt am besten, wenn sie reif ist. Ja, und erst dann sollte man die Frucht vom Baum nehmen. Zu früh ist nicht gut. da schmeckt sie nicht. Zu spät schmeckt sie auch nicht. Und du fragst dich vielleicht, warum Gott gerade jetzt so laut in dein Leben hineinspricht, obwohl du vielleicht mit dem Thema Glauben noch nicht so viel zu tun hattest. Wahrscheinlich ist gerade der Kairos Gottes, der Moment Gottes für deine Zeitachse genau jetzt gekommen. Dein Einstieg zum Glauben. Dein Anfang für den Weg zu deiner seelischen Rettung. Sein Moment trifft jetzt ein. Da entsteht ein Kreuz. Eine Begegnung. Vorher, bevor die Umstände so gekommen sind, wie sie gekommen sind, vorher wäre es wahrscheinlich vergeblich gewesen, von Gottes Seite her an deine Tür zu klopfen, weil du nicht aufgemacht hättest. Später an deine Tür zu klopfen, hätte wahrscheinlich auch nicht wirklich Sinn gemacht. Gott ist genau jetzt gekommen. Jetzt, weil er weiß, dass du ihn jetzt am meisten brauchst und es jetzt auch am meisten Sinn macht. Und so wie die Menschen damals ihre Kleider hingelegt haben vor Jesus, wäre vielleicht jetzt der Moment, wo du sagst, ich breite mein Herz vor dir aus. Aber muss ich mich sofort entscheiden? Ich bin doch gar nicht so weit. Ich höre das gerade zum ersten Mal oder die Gedanken müssen reifen. Dürfen sie. Aber sei dir dessen bewusst, dass wenn dein Herz gerade anfängt zu brennen, weil du merkst, die Botschaft ist für mich, dann ist der Kairos Gottes für dich gekommen. Dann warte nicht viel länger. Wenn man zu lange wartet, bis man die Frucht vom Baum nimmt, dann wird die Frucht bitter und sie schmeckt nicht. Und viele Menschen sind bitter geworden bereits, weil sie Gott bewusst beiseite geschoben haben. macht diesen Fehler bitte nicht auch. Gott weiß schon, warum er sich gerade jetzt am meisten darum bemüht, an dein Herz zu klopfen. Ich hoffe, du konntest das ein oder andere verstehen. Wenn nicht, ist es nicht schlimm. Du hast ja, weil es ein Video ist, die Möglichkeit zurückzuspulen, anzuhalten, die Texte nachzulesen. Du hast auch die Möglichkeit, mir eine E-Mail zu schreiben über info at freikirche-kreuzheide.de Du hast auch die Möglichkeit anzurufen. Auf unserer Website findest du unsere Telefonnummer und ich werde mir Zeit nehmen, auf deine Fragen auch zu antworten. Beim nächsten Lied wirst du die Möglichkeit haben, noch mal zur Ruhe zu kommen. Und ich denke, dieses Lied wird dich berühren und du kannst dabei betend zur Ruhe kommen und Gott das sagen, was dich jetzt gerade bewegt. und ich wünsche dir die Weisheit, dich auf Gottes Zeitplan einzulassen. Es bringt immer dreifachen Gewinn. Gewinn für Gott, Gewinn für dich und Gewinn für deine Nächsten. Amen. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, freund bist du mir. Ich warte auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern, ein Blick von dir, ein Blick von dir. Und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, freund bist du mir. So lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. Lass mein Herz schmelzen wie Wachs unter dem Blick deiner Liebe. und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden, Freund bist du mir. Du hast gerade gesungen, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Ich persönlich habe auch noch nie eine Liebe wie die seine gefunden. Wenn du jetzt gerade auf deinem Sofa sitzt oder wo auch immer, könntest du aufstehen, deine Hände öffnen, dich öffnen ganz bewusst auch für den Segen Gottes, den ich dir gerne zusprechen möchte. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden, seinen Frieden. Amen.